Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht in Mitteleerde 2. Wir kämpfen hier um Helmsklamm und ja, hoffen, dass es klappt, dass ich gewinne irgendwann. Momentan kann man ja nicht sagen, wer gewinnt. Ja, doch, kann man schon sagen. Äh, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. So, ich bin gemutet. Ja, genau, ich bin gemutet. Machen wir mal weiter. Die denkt, er könnte gewinnen. Das Problem ist, ja, er denkt gar nicht mal so schlecht. Er hat mich jetzt arg in Bedrängnis, das heißt aber nicht, dass er mich deswegen wegkriegt. An die Waffen! So, okay. Äh, hier, äh, sieht schon mal gut aus. Auf jeden Fall, das eine Katapult kann noch feuern. So. Das ist gut. Hier unten, äh, la, okay, ja, ja, geht halt durch. So, komm, da ist die weg. Und oben, wir müssen wieder hoch. Er hat uns direkt abgelenkt. Aber, das wird ihm nichts nützen. So, wenn ich die... Wenn du die kriegst, dann was? Ich stehe auch fast Zeit hier drin. Doch. Brauche ich halt eine neue. Sind ja eh schon zwei in Planung. Hehe. So, ich kann jetzt keine neue mehr bauen, weil ich ja hoffenweise Rüstung und sowas geupgradet habe. Okay. Ja, hab wieder die Festung verloren. Aber... Oh, hier unten einfach mal eine neue. So, komm. Ich bin auch fast weit hier drin. Komm, das krieg ich hin. Jawoll! Und hier unten. Aufrüsten. Feuerpfeile. Aufrüsten. Hier geht in die zwei. So, okay. So, die hier weg. Na, versucht er natürlich dasselbe. Aber, ja, macht nix. Macht nix. So, okay. Ich muss hier unten inzwischen, ja, genau, nachproduzieren. Das macht es ja auch fleißig. Wir haben kaum noch Rohstoffe. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Genau. Ja, geht inzwischen in die Richtung. Aber nicht mit mir. Ja. So, okay. Oh, der hat aber auch. Der hat aber auch Leute. Das ist nicht mehr feierlich. Und hier hier oben. Auch runterkommen. Und hier. Aufrüsten. So. Auch. Los. Vor. Hoch. Geh mal da oben rein. Ich muss jetzt da oben auf jeden Fall mal ein paar Stiche gewinnen. Ich kann die nicht, äh, permanent da oben drin aufbauen lassen. Das wird, äh, kritisch werden. So, hier rein. Einfach rein. Hopp. Und hopp. Hopp. Den Baumeister mal ein Stückchen weiter rüber hier. Alles rum. So, hier rein. Genau. So, jetzt besser. Lalalalalala. Er hat zum Beispiel nicht gesehen. Oh, jetzt hat er noch gesehen. So, kommt hier durch. So, jetzt kann ich nämlich hier oben mal angreifen. Okay, paar hab ich. Wieder hier hoch. Und hier auch. Hier hoch. Damit hab ich seine Produktion schon mal stark geschädigt. Äh. So, sie sind überall. Ich soll hier wirklich am Boden. So, hopp, 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 breit da. So, okay, das hat schon mal geklappt. Ja, die Festung hat er auch wieder. Aber das macht nichts. Ich kann jetzt hier oben... So, ich kann jetzt hier oben ein bisschen aufmischen. Hier hab ich nur sowas stehen. Ich brauch dringend hier. Hier, hopp, 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 hopp. Mal eine neue Festung. Mal wieder. So, hopp, 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 hopp. Die versuchen natürlich alle, wie lange finden die Typen noch da, hier. Wieder. Auf eure Posten. Leist alles nieder. So, kommt. Rüstet euch, Zwerge. Seid Standhart. Sie wollen unsere Gebäude. Hopp, weiter. Lasst es einstürzen. Schütze euch. Auf eure Schalbe. Geht in Stellung. So, hier. Auf ins Getülle. Wo ist der Bauplatz? Einmal rein hier. Wir werden angegriffen. So, und hier raus. Dann würde ich mal sagen, bauen wir hier drin mal eine Festung. Ich weiß schon, ob er das erwartet. Einmal die Rüstung da. Das da. Das da. Und das da. Er versucht natürlich hier unten fleißig weiter zu... Ja, die hat er. Wir haben das Gebäude eingenommen. Okay. Lalalala. Die Minen sind in Gefahr. So, hier oben wieder. Er wird hier oben wieder wahnsinnig was haben. Alles klar, das hier einnehmen. Ich bin gleich fertig. Macht eure Speere bereit. Zwerge vorwärten nicht. So, hier drüben habe ich noch Leute. Die gehen mal hier hin. So, Angriff. Rüstet euch, Zwerge. Ja, ja. Geht in Position. Seid Standrad. So, er hat natürlich seine Leute unten verschossen. Insofern, äh... Hat er zwar momentan meine Einheitenproduktion, aber dafür habe ich, äh, die, äh, Rohstoffproduktion. Wir müssen halt nur mal gucken, was wird. Ah, das hat... Okay. Ähm, er hat gute Chancen zu gewinnen. Das hat, äh, das habe ich nicht erwartet. Er hat mir jetzt oben meine komplette Armee weggehauen. Äh... Damit würde ich sagen... ...wird's kritisch, hier zu gewinnen. Macht eure Speere bereit. Unsere Gebäude. Schnell. So, kann ich nochmal hier. Ich kann das nicht, solange es nicht gebaut ist. Reparieren. Okay. So, okay. Komm, kriege ich die noch repariert? Kriege ich die noch repariert? Schnell, schnell, schnell. Sonst kann ich wirklich aufgeben. Unsere Gebäude. Nein, 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 nein. Nein, das schaffe ich nicht. Okay. Ah. So, okay, 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 okay. Weg, 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 weg. Jawohl. Gut. Dann würde ich erstmal sagen, bauen wir halt erstmal eine Kaserne. So. Und das Wasser haben, das geht mal hier rüber. Du holst dir mal diese Rohstoffe her. Jetzt dürfte es auf jeden Fall nicht mehr so leicht sein für ihn. So, hopp, hier hoch. Alles klar, die Halle der Krieger hätten wir. Ja, den Turm brauche ich wahrscheinlich hier noch. Dann brauche ich den erstmal hier hin. So. Hier habe ich noch ein paar Einheiten, die kommen noch mit rein. Das Gebäude hätten wir auch. Das haben wir. Und dann brauche ich hier hinten eine neue Festung rein. So. Hopp, 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 hopp. Aufbauen. Und ich brauche Rohstoff-Uni. So. Das Problem ist, er wird sich jetzt wahrscheinlich außen aufbauen. Und während ich die Festung hier habe. Stellungen halten. Na gut, habe ich die Festung, immerhin. Es sah auf jeden Fall knapp schon aus. Es ist immer noch knapp. Ich kann immer noch verlieren, wenn er hier draußen wie ein wilder aufbaut. Ähm. Kann es sein, dass ich das halt hier drin auch nicht gehalten kriege. Ich muss jetzt wahrscheinlich auf die 1. Äh. Und hier geht er auf die 2. Einfach mal pauschal hier raus. Mit denen hier zusammen. 2. So. Genau. Ihr baut. Ja, ihr baut. Ja. So. Kommt. Hier. Hier rein. Okay. Er versucht, er versucht und, ähm, wird es auch irgendwann schaffen. So. Ich brauche da auf jeden Fall wieder mal einen Baumeister. Das ist das große Problem, was ich momentan habe. Er hat haufenweise Baumeister. Da unten rennt einer. Und jetzt versucht er eigentlich, ähm, zu machen, was ich, äh, habe. Natürlich nicht. In der Hinsicht, dass ich hier... Die Minen sind in Gefahr. Seid standhaft. Okay. Er baut da meine Minen weg. Wir werden diesen Tag verflügt. So, hau. Wir nach. Bringen wir es hinter uns. Hau den Baumeister weg. Hau den Baumeister weg. Auf eure Posten. Vorwärts marsch. Wir werden angegriffen. So, okay. Die Hälfte ziehe ich ab. Ha. Das schmeckt dir nicht, was? Die sind hin. Alles klar. Dann gehen wir mal hier hinter. Die Festung ist zerrichtet. Hier die bauen. Den Gimli. Aufrüsten. Alles, was aufrüstenbar ist. Und du baust hier eine Minenschacht hin. Ich meine, jetzt, da wir... Hopp, da. Jetzt bin ich ans Mikro gedonnert. Entschuldigung. Ähm, jetzt, da wir hier so viele Leute haben, sollte das kein Problem sein. Müssten wir jetzt halbwegs hier hinten halten können. Okay, das hatten wir weggehauen. Da kann grad nix, weil ich keine Rohstoffgebäude habe. Lasst uns etwas bauen. Okay. Hier hin. Das und das und das und das. Kennen wir eigentlich alles. Voll ausrüsten. Weil er hier oben ganz sicher dann irgendwann auch wieder mit seinen Einheitchen kommt. Und... Naja, das sollte natürlich nicht sein. Hopp. Hier hin. Er versucht natürlich jetzt unten aufzuräumen. Im Prinzip kann man sagen, wir haben jetzt sozusagen die... Joa. Die... Die Rollen getauscht. So. Hopp, 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 hopp. Hier kann ich nichts machen. Ich hab hier oben noch ne Festung, äh, ne, 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 ne Miene. Aber sonst hab ich halt auch nix mehr. Kann ich eventuell... So, hier kann ich... Hau. Ne, den hau ich hier mit hoch. So, immer besser. Klar kann ich mich jetzt hier nach... Außen wieder verteidigen. Und du kannst mal... Eine. Ja, da kommt er schon wieder. So, hopp. Und hier auch... Alles da drauf. Er versucht natürlich alles. Logisch. Uh, jetzt leckt es sogar. An die Waffe. Sie jagen unseren Baumeister. Stand her. Ja, mein Baumeister. So, komm. So, das wäre eins. Das wäre zwei. Dem hier noch. So, wir müssen hier... So. Muss mal hier so machen. Ja, das hat er das aber versucht. Das war ja klar. Das ist ja dein Standardangriff. Das kennen wir alles. Das kennen wir ja alles. Und ich würde sagen, da das nicht geklappt hat, beenden wir mal die Folge. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Wo werde ich gebraucht? Wo werde ich gebraucht?